Oh, würd ich mal sagen, hab die Post. Dann lass gerne weg, komm, wenn ich mit dem Spiel automatiert mach. Ach ja, halt's im Maul. Oh, war klein. Weißt du, direkt Para-Hiler, ich krieg ein... ...Av-Item. Para-Hiler, bin ich froh, dass ich die Dinger gekauft habe. Ja, ne? Ich hab mir auch irgendwas geholt. Hab ich früher irgendwie nie gemacht. Ja, weil wir früher einfach nur... Man ist einfach nur durchgegangen. Ja. Ja, geil, auch noch Schlaf, du Alte. Ich will drei Sieben in den Namen. Ich weiß gar nicht, wie viel Kohle das gab. Oh nein, ich hab kein Ding. Geil, super Trank. Hau da ab. Alter, willst du mich jetzt rollen hier? Ja. Was? Alter, geht mir das Viech auf den Sack. Was? Deine Hose ist nas? Alter, Mirabella, ne? Der geht mir richtig auf den Sack, das finde ich. Mirabella? War das nicht Mirabla? Nein. Alter, gibt's für mich rollen hier? Wie viel Tränke soll ich denn noch? Ich glaub so wär das nix, Kohle zu kriegen. Bierautomat. Ich würd' ich mal sagen, ich geh jetzt erstmal relax zu fangen. Ja, das bringt so grad gar nix. Du, 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 du. Items. Du, 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 du. KP Plus? Ja. Meisterball. So fangen geh. Hab ich glaub ich keinen Mitzerschneider dabei. Konter? Nein. Will kein Pokémon lernen von mir. ne ich hab kein pokémon mit zerschneider dabei cool faulen fünf blitz über kannst du schneider lernen aber eigentlich gar nicht machen komm ich mach schlitzer weg klorak hat momentan noch voll die beschissenen attacken der schneider ich mach hier hinten lang ich glaub hier hast du auch noch was gekriegt hallo klorak alter die mich ernsthaft ich hab schon wieder keinen platz mehr an im winter konter toll ja komm hier hebt noch kannst du ja lernen scheiß raus ähm mach ich fund weg scheiß raus doo 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 oh die tussi hätte nichts für kaum zwei Da hab ich fliegen juhuu dankeschön hast du das jetzt bekommen sag ich dir nicht sag ich dir nicht sag ich dir nicht sag ich dir nicht ich kümmer einfach diese Liste wo ich alles herbekommen ja was soll das relax bei erika dann ne ich hab das unter ja aber bei erika dahinten davor ist ein baum den du schneiden muss hinten ist ein haus und da kriegst du fliegen dann drin jetzt kann ich fliegen viel einfacher so laufen dass die aufnahme nicht dadurch kaputt gegangen ist doch mal richtig gucken was ich führe ist wo hinter wo öffnet sich jetzt mein internet bestimmt hier genau frontal dabei ist wende im wasser und geist ja toll so easy sie ist wie sie leben wie sie eine ach so du bist ein paar haben aber ich kann timos gab es denn auf sana weiß ich gar nicht mehr ob chance will ich nicht mitnehmen ist ein drecks wie ich so wie du so wie du labrass 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 eis kann irgendwie nehmen ja so aus fliegen ach komm mir kann keiner dass er lernen wollte mich verarschen jetzt beginnt die dritte folge das weiß ich nicht das werde ich alles sehen das muss jetzt alles durcheinander schneiden zwischendurch abgebrochen ja weil ich ja wieder die bilder wechsel und dann brichst du ab weil ich das problem schon hatte dass einfach die aufnahme dadurch abgeboren ist habe ich nicht deswegen möchte das lieber stoppen kurz eben wechseln traumato mitnehmen wir fangen dich ja mann das hat schon so ein leichten schaden ne du aber tausch fettig 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 bom bom tausch amnesie ja mach du mal amnesie du fette sau kopfnuss oh gut kopfnuss mach du noch mal amnesie ja alles klar kopfnuss einmal kann ich kopfnuss noch einsetzen komm scheiße nein zu viel oh ich kann wieder nichts mittragen ey da fürs pokémon bekannt dass man seinen beutel einfach bis noch mast füllen kann das hier nicht aber auch nur in den ersten teil ne ja ey es ist so nervig alter ich sage im mülleimer ja willst du es wegwerfen ja klar so ich habe mal die geschwindigkeit erhöht dass das nicht zu lange dauert jetzt so jetzt klatscht man auf die murkette da unten weg kopfnuss jetzt haben wir den umfeld pokémon drinnen kopfnuss 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 ja mach du mal erholung du fettes ballhoff kopfnuss 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 fange ich mir jetzt noch ein zweites relax so ne ich habe eins kopfnuss 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 kopfnuss